Was ist denn passiert mit dir? Du warst doch sonst nie so ein Fusi. Wenn man so scharf auf dem Knast ist, dann mach es doch. Lass mich da raus. Fusi. Es tut mir leid. Und jetzt stimmst die Pflege. Und diese Pflege. Ich bin schon ein Blicke. Ich bin schon ein Blicke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.